Bienvenido amigo, ich höre viel Gutes von dir, nur habe ich es leider nicht als einziger gehört. Die Birgilios haben Morales drei brandneue Trucks geklaut. Morales braucht die Trucks pronto und zwar für hundert Tonnen Koks, comprende? Sicher. Das ist nicht wenig, man. Das ist nicht wenig, ne? Ach, die Braut! Morales will, dass du reingehst und die Trucks auseinander rausholst. Machen wir so. Meine Fahrer bringen die Trucks wieder zurück. Thank you, Tado. Schön locker bleiben. Ich? Locker bleiben? Bitch, please. Bitch, please. Sehr gut. So, okay, 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 okay. Und dann mal los. Und dann mal schon den ersten Boni. Wo sind die Gegnerts? Wo sind die Gegnerts? Da sind die Gegnerts. Bam! Ich habe mir erst mal einen Helm weggeschossen. Boom! Cool. Dann bringen wir den Truck mal zum Sammelpunkt. Wo ist da der Haken? Scharfer Move! Scharfer Move! Wo ist da der Haken? Es gibt keinen. Alter, ein rosa Truck mit dem Horn vorne. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Ein pinker Truck, der tausende von Tonnen Kokain transportiert. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Als wäre das nicht die auffälligste Methode, um irgendwas Illegales zu transportieren. Nee, danke. Aber sowas von nicht. Das glaube ich euch nicht. Scharfer Move! Scharfer Move! Ich feier's. Ich feier's. So, wir kommen ja da. Ist wieder abgeschlossen, oder? War ja klar, dass wir uns da wieder einen anderen Weg rein... Scharfer Move! Autsch. Oder sagen wir, wir gehen einfach mal hier rüber. Und was hat mich jetzt bitte getötet? The fuck? Hat mich gerade getötet. Fuck. Der Schalter für den Kran ist auf der Brücke. Ich hab gar nichts gegen Pink, ganz im Gegenteil. Aber ich kaufe den Leuten noch nicht ab, dass sie das in einem pinken Truck transportieren. Also wenn so ein pinker Truck mal an der Stadt vorbeifahren würde, ich glaube, ich wäre der Erste, der noch kontrollieren würde, was der so macht. Ganz ehrlich, also... Ich will ja nichts sagen, aber... Normal ist anders. Göttlich, die Mucke. Was ist denn mitten in so einer Mission, ne? Will ich da hin? Ich glaube schon. Alter, wo müssen wir denn rauf? Ein Bordelllaster, oder was? Sag mal... Ist das richtig, was ich hier tue? Ich geh mal schwer davon aus, wa? Oder auch nicht? Oder doch? Ich weiß es nicht. Joa, der Mann hat Hände aus Stahl. Kann man gefühlt aber auch Kite treffen. Ich glaube, das war nicht korrekt, was ich hier gerade gemacht habe. Ich glaube nicht. Sah cool aus, aber glaube ich war falsch. Okay, dann geht's halt nochmal rüber. Das ist doch kein Problem für mich. Oh, die Typen mit ihren Helmen, ey. Schäden und Knochen. Unnötig. Huch! Okay, wo bin ich jetzt runtergefallen? In den ersten... Oh nein, so weit wollte ich gar nicht verspulen. Egal, Tod ist Tod. Joa, da wollte ich natürlich jetzt nicht reinfallen. So, da ist der Laster. Und ich war schon richtig bestimmt, aber ich hätte wahrscheinlich da nicht rüber sollen. Schauen wir mal. Aha, hier haben wir nochmal so ein Bonus-Ding. Ja, ist ja schön und gut, aber... So, jetzt bin ich hier drauf, aber ich glaube ich... Oh, nein! Mann, ich muss doch da oben zu dieser scheiß Steuerkonsole. Schauen wir mal. Ich hab die doch eh schon hier alle... Wo? Eh schon alle erledigt. Aber ganz hoch ist, glaube ich, auch falsch, oder? Oder hab ich hier nur irgend... Hätte ich hier rein sollen? Nee, ich bin doch hier falsch. Wo ist zum Teufel die scheiß Steuerkonsole? Ich glaube, da drüben... Das ist echt ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Guck mal da rüber! Okay. Das ist da nicht... Äh? Aber hier ist er doch, oder nicht? Das ist es doch. Bin mir sicher, 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 dass ich das... Das ist sicher. Hier ist definitiv noch einer, der lebt. Irgendwie... Wo... Muss ich hin? Hier ist es auf jeden Fall nicht richtig. Ich brauch Leben. Jetzt bin ich ja wieder ganz unten. Muss doch in irgendeiner Tür... Warum ist denn das so kacke markiert? Hier lebt ja auch angeblich irgendwo noch einer. Das haben sie jetzt aber schon ein bisschen seltsam markiert, oder? Hier? Ah! Ladies and gentlemen, wir haben die Tür gefunden. Na, also... Und da ist sogar ein Save. Geil. So. Das Einzige, was mir noch ein bisschen Angst macht, ist meine wenige Leben. Naja, sind meine wenigen Leben. Da oben ist einer. Das wird jetzt nicht einfach. Äh... Wie kommen wir jetzt am besten zum Truck, ohne zu sterben? Vamo, vamo, vamo. Okay. Machen wir so. Nicht runter, nicht! Du Idiot! Wie gesagt, nicht. Ah, das war perfekt zurückgespult, könnte man sagen. Jo. Das passt. Sind doch eh schon alle tot. Oh, oh. Oh, wir stellen nämlich zu. Gott sei Dank habe ich ein bisschen Leben gekriegt. Durch das Zurückspulen kriegt man ja immer ein bisschen Leben. Das ist auch, äh... Sehr wichtig. Ja, aber hallo. Es war nicht, dass es nötig wäre, aber wir machen es einfach. So, und weg hier. Achtung, scharfer Move. Scharfer Move. Aber hallo. Das sind hier die scharfen Moves, ladies and gentlemen. Geil. Das ist aber gut erkannt, Schätzchen. Scharfer Move. So, ich nehme mir mal eure Wagen, ne, damit wir hier mal ein bisschen schneller hinkommen. So, beim letzten Mal irgendwas verschlossen. Also, da wird jetzt erstmal ein Weg hineingesucht. Scharfer Move. Dahinten ist irgendwas. Ist das markiert? Sehe ich das richtig? Ach nee, da ist ja der Truck schon. Okay. Oh nee, die muss ich erst noch wegtragen. Oder was? Jetzt nicht mit diesem Gabelstapler, oder? Würde ich zwar irgendwie feiern, aber... Irgendeiner hat gerade eine Granate geworfen. Würde ich die nicht wegsprengen, einfach. Ist hier im Export. Komm, gehen wir da rauf? Nein? So, schauen wir mal, wie wir das jetzt hier machen. Ich nehme mal an, wir kommen hier nicht einfach durch. Wo habe ich den Gabelstapler gesehen? Hier, ne? Da sind ja auch genügend Leute, die den bewachen. Sitzt da einer drin? Ach du Scheiße. Muss ich jetzt echt Gabelstapler fahren? Nee, 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 nee. Nee, nee, muss ich nicht. Ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Hier ist irgendein Kran. Ich muss den Kran bedienen. Hier, das da. Ich sehe... ...dass sie alle verreckt. Burrito-Kraja! So, die Frage ist, wie komme ich jetzt in den Kran rein? Ich glaube, da muss ich irgendwo hin. Da hoch wahrscheinlich. Genau, hervon dazu soll man den Titel des Streams in scharfen Move beenden. Der Schande für die Brücke ist im Steuerhaus. Ja, ist klar. So, da ist auch bestimmt jemand drin. Das heißt, wir springen da direkt rein. Oder auch nicht. Doppelte schwere Pistolen. Okay, cool. Scharfer Stream. Richtig. Ah, das ist doch zu herrlich. Aber sag mal, sind wir jetzt hier richtig? Ich hab das Gefühl, wir sind, äh, gerade? Obwohl, nee, 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 passt. Wir müssen hier rüber. Geil. Obwohl. Da waren wir doch gerade. Dann vielleicht auf der anderen Seite? Hm. Ja, nee, auch nicht. Was? Okay, wie kommen wir jetzt da in die Mitte? Wie kommen wir denn da jetzt in die Mitte? Ah, hat der nicht gerade irgendwas von Steuerkonsole gesagt? Ach doch. Idiot. Ah, eine Brücke, alles klar. Direkt ist da unten jemand, hab ich schon gesehen. Oh, die mögen den wohl nicht. Für den ich gerade arbeite. Oh. Alter, schade, dass der Kill nicht geklappt hat. So über ihn drüber springen. Das hätte schon was gehabt. Und weg mit dem Scheiß. Äh, wo fahren wir jetzt hin? Hey! Ich komm doch hier niemals mein Leben runter. Zum Teufel sind wir jetzt. Okay. Ich nehme an, ich muss jetzt einfach hier runter. Ja. Jetzt sind wir wieder hier hinten. Okay, alles klar. Na. und dann